Mensch Fabien, was machst du schon wieder? Und wieso bist du tot? Ist der überhaupt da? Nee, ist gestummt, natürlich nicht. Ich konnte nur damit rechnen, dass Fabien da ist. Die hole ich mir aber trotzdem. Er ist vor dem Stuhl gefahren. Ja, ich ändere nicht mehr. So. Alter, bin ich verschockt. Es gibt 20 versteckte Kristalle in jeder Zone. Hatten die alle gehört, wie ich es weggeschmissen habe? Ja, ja. Habt ihr Kristalle gefunden? Wie macht man den Ruf? Warte. Hat man Double Jump? Äh, wie hast du den geöffnet? Ah, ja, kaputt schlag ich natürlich. Wieso wär ich nicht drauf gekommen? Get 20 crystals like this, to get Bowser's attention. Ja Fabien sucht immer nur die attention. Da gibt's wirklich Headcrabs, Alter. Was hat Mario? So, in der Jump'n'Run Map, ne? Nein, ich bin schon du jetzt doch hochkommen. Ich bin doch geil, oder? Alter. Wünscht wird geil. Ach, was ist denn das? Ichi To Sauer. Alter, geiler Mario Map, Alter. Komm schnell doch hin. Schlag den! Schlag den! Schlag den! Schlag den! Warum hat mein Mario Pistolen? Das macht keinen Sinn! Das ist Ghetto Mario. Das ist Ghetto Mario. Jetzt muss nur noch die Waffe, äh... Wo spawnen schon, du? Spawn. Oh ne, Alter. Oh geil, die guten alten MPs aus'n Block. Oh je, oh, mach's weg, mach's weg. Wir kennen nicht das Mario Spiel, wo die MPs aus'n Block kamen. Die guten alten MPs aus'n Block! Das waren meine Lieblings Mario Games. Da, wo die MPs aus'n Block kamen. Ah, im Platz war noch ein Kristall. Leute, im Platz war noch ein Kristall. Den haben wir vergessen. Du hast den vergessen, also ich hab den nicht. Kann man mit eh Doppel-Sprung machen? Oder, warum kann man eh an Wände so fickel? Bist irgendwie doof, oder mach's nur so? Drück mal eh an der Wand. Alla, diese... Die ne fasst auch ein bisschen. Och, Alla. Kommt mir her. Wie hast du das gemacht? Achso. Nach vorne laufen. Wieso geht's denn hier auf einmal so schnell? Leute, ich bin tot. Wenn ich jetzt wieder sterbe, ne, ich hau ab. Wir haben Medikids. Wir sollten uns mal hochheilen vielleicht. Wie er einfach abgehauen ist. Mach's weg! Mach's weg! Komm, wir haben Medikids, um uns hochzuhallen. Komm her! Schluck! Ja, weil Farman abgehauen ist, kriegt er nichts. Oh, mir geht die Muni aus für die MP. Oh. Die teilt sich die gleiche Muni wie die Pistole. Da hat's a lot of barnacles. Das ist ein Scherz. Dort habt ihr Münz. Eklig. Wo geht's dann weiter? Da hoch, oder? Oh Gott! Ja, da ist ein Squirt Gun. Oh oh. Ne, ich will nicht runter. Die Hunde war auch noch gekäulich. Oh, ich hab's ja auch jetzt gesehen. Alles von vorne! Alles von vorne! Alles von vorne! Dann hat der Farman auch grad voll weggestimmt. Yes! Yes! Glaube! Drück doch hier aufs Schild! Glaub ich. To block a blocko. So, das war's dann, ne? Ach, vielleicht musst du jetzt Karte wechseln, oder? Hab ich nicht grad ne Leiter gehört? Ja. Ah, man kann ja einfach hochklettern. Oh, scheiße, bitte kommt schnell. Mom pick me up, I'm scared. Oh! Alter, ich komm da hochgesprungen. In den ersten noch 10. Geto Mario! I'm going to pop off! Er hat sich ne neue Wand geöffnet. Oh, scheiße, Alter. Was für fette Röhrer. Geto Mario! Was war'n da hinten? Kammer in das Wasser? Ah, ne Crossbow. Ah, ne Crossbow. Aber hier gibt's Münzen. Zack! Ich denke, dass ich was da rein soll. Oh Gott! Ja, das war irgendwie klar, dass es passiert, oder? Okay, man darf ins Wasser. Hier ist ne Leiter. Oh mein Gott, das pusht. Oh mein Gott, bin ich doof. Sag mir nicht, dass hier wieder ein Fisch drin ist. Da ist ne Münze. Wurde mal jemand. Für Bowser's Attention. Jo, mir soll ne 20 stinken tolle, ne? You've the third ten crystals. 15 more to go. Dafuq? Was wollt ihr denn jetzt von uns? Äh, wo soll man hin? Oh. Da. Er hat dich in der Luft getroffen. Ja. Zwei Mal passiert schon, Alter. Ja, jetzt. Das ist ja ne Verarsche, Alter. Nach den nächsten, auf die ich gefallen bin. Ja. Das nennt man wohl Karma. Aber echt. Oh mein Gott, Aua. Was, Alter? Alter. 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 Epic Gamer Moment. Bitte heil mich. Ich heil auch zurück. Was? Ich hab 13 HP. Wie das, Alter? Bisschen runtergestört. Ja, das ist einfach ein Kristall. Was für Kristall ist ein Münzen. Was ist das für euch? Aus wie Emeralds. Rupees, Alter. Ne, ist nicht Kristalle. Das sind Rupees. Du musst dich verarschen. Schon wieder hingekracht. Ja, man muss es in einem machen. Ich bin zu doof für das Jump'n'Run, Alter. Obwohl das einfacher ist, als das in... Ja, in Arcade. In Arcade. Oh. Das ist einfach nur ein Sprung da vorne. Ach du Scheiße! Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! Wir spawnen direkt neu. Jawohl, das ist wohl nicht mein Problem. Oh, hier war eine geheimene Waffe. Versteigt. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ne. Machen nur das nächste Leben. Bitte frei, danke. Ne. Das will ich erst recht nicht. Komm Fabian, mach mal. Deine Mutter, du Hurensohn. Ich hab 25 HP. Ich will jetzt nicht sterben. Ah, da fügt doch deine Mutter, Alter. Mä, 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 mä. Ach doch, euer fetter Vater, Alter. Der verharte Uran-Utan, ey. Oh mein Gott, das sind noch mehr. Mach die Aliens doch weg, Alter. Sonst kriege ich der Anfall. Ja, das nächste, was ich tue. Der Anum. Der Anus-Schille. Oh mein Gott, die sind schon wieder neu gespawnt. Jetzt hab ich 4 HP. Ich hab mich schnell auf's selber geklappt. Ahhhh, ich stirb einfach, Alter. Oh mein Gott, das hat mich jemand von hinten gekillt. Ich wollte grad drüber springen. Die sind alle tot. Jetzt schnell. Schnell. Renn. Spring. Ahhhh. Oh mein Gott. You fucking moron. Heimischmob. Weasel, heimischmob. Ich heier auch weg. Welcome to the clutch. Oh danke. Oh. Pass auf, nicht spawnen im Hintergrund nach. Fuh, alter die... Ah, hier ist der safe point. Ah, die Bluff haben ein bisschen losgefahren in dem Moment, wo ich drauf gespawnte. Hier ist der safe point, Fabi. Du kannst doch runter. Wo? Ich hab's geschafft. Hier, runter. Time to stand or lose your hand. Hä, wo? Hä? Du musst doch auf die Reling und da komm ich doch hoch. Da auf die Reling. Entschuldigung. Da. Warum machst du so ein Sucker? Warte mal so. Oh oh, äh, ja. Oh, ja. Ich hab's grad gesehen. Ah, doch. Wo hast denn du den Sucker her? Aus meinem Secret Room. Aber wie geht's denn hier weiter? Oh, ich seh das. Wenn ich aus dem Reling ist. Kind to stand. Das soll ich eine Franke. Time to stand or lose your hand. Äh, man. Da hinten rein. Das sieht so aus. Das könnte man da hinten rein. Siehst du das? Oh, hab's geschafft. Man sollte mit der Hand hier was... Mit der Hand das öffnen. Ah, okay. Na gut, die war versteckt, also. Du stirbst jetzt so. Na gut, Fabi ist gestorben. Jetzt sterbe ich auch noch. Und du bist auch runtergestürzt. Okay, naja, da unten war wohl richtig, oder? Ja, da unten geht zwei rein. Oh, das von vorne. Dann machen wir das jetzt. Zwei, die nach vorne. Ey, geil, deine Waffe. Danke. Die ist echt hier runtergekommen. Dein Schlörpischlörp. Der Pussycrapper. Die soll nicht mehr versteckt da eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Der Pussycrapper. Das bin ich ein Idiot. Oh, jetzt hab ich hier, äh, Revolverheld. Oh, den hab ich eben nicht eingesammelt. Das ist die geilste Waffe im Game, ey. Wer eigentlich am meisten Schaden macht. Diese Craple Gun ist so unmöglich. Aber das ist einfach nicht funktioniert. Fabi, wie hast du denn das hier verkackt? Ich hab nicht gewartet, bis die ganz durchgegangen ist. Aber ich war zu feurlich. ich wollte mir das muster nicht merken ich bin einfach durch all das schafft doch einfach das rätsel wir haben fast alle 20 crystals was ist denn das macht der uterus die hat so dass du gebläse wie habe ich das überlebt hierunter zu fallen ich glaube die restlichen fünf sind alle hier abschießen die coins da ist noch so ist für uns für noch zwei da und meint ich halte und geben geht du mal runter zur greenblock pipe immer oh mein Gott wieso wird man da runter gepusht weiß ich doch nicht oh ich bin ein greenblock pipe ich brauche ein paar mehr fabian komm mal her jetzt passierts rum oder durch genau was nix Robin ist grad schön verrückt das ist ein eigenes ding ich wollte was testen hat nicht so funktioniert nicht dazu hat er einen gespielt oder was nein ok wir stellen uns einfach vor wir hätten die map geschafft ok 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 ok